Hast du schon mal im Rahmen eines Vorstellungsgespräches eine Präsentation halten müssen? Wahrscheinlich schon, sonst würdest du nicht hier in dieser Podcast-Folge hören, denn möglicherweise ist es dir da so ergangen, wie es den meisten erging. Du warst verunsichert, du warst vielleicht auch ein bisschen nervös, wusstest auch nicht so richtig, wie du diese Präsentation halten kannst und bist so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Und dieses, die Sache auf den Punkt zu bringen, das war eigentlich die größte Herausforderung für dich. Weißt du, eine Menge BewerberInnen geht es so. Viele fühlen sich von solchen Aufgaben in erster Linie verunsichert und auch ein Stück weit überfordert. Aber in dieser Folge zeige ich dir, wie du dich auf solche Situationen bestens vorbereiten kannst, sodass du souverän und authentisch im nächsten Vorstellungsgespräch überzeugst und vor allem diesen Teil mit der Präsentation, dass du den rockst. Lass uns loslegen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Ich bin Bastian Hughes, ich bin Karrierecoach und Trainer und zuvor war ich über zehn Jahre als Recruiter tätig. In meinem Job als Recruiter habe ich ganz, ganz häufig die Aufgabe, im Vorfeld kommuniziert, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, eine Präsentation halten soll. Und von daher kann ich dir auf der einen Seite so ein bisschen aus meiner Erfahrung als Recruiter was mitgeben, aber eben auch auf der anderen Seite in meiner Rolle als Coach. Und genau deswegen habe ich dir heute fünf Punkte mitgebracht, die dich dabei unterstützen sollen, dich bestmöglich auf so eine Präsentation vorzubereiten. Wir sprechen über die mentale Vorbereitung. Wir sprechen darüber, wenn du nicht so viel Zeit für die Vorbereitung hast. Wir sprechen über Strukturen, also welche Techniken, welche Strukturen kannst du verwenden. Wie erfasst du das Thema? Schnell ist Punkt Nummer vier und Punkt Nummer fünf, da sprechen wir nochmal über das Thema Nervosität und Körpersprache. Und ich hatte in diesem Jahr eine Anfrage für ein Coaching. An der Stelle ganz liebe Grüße an dich, Marion, weil es ging darum, dass Marion eine Präsentation im Rahmen eines Vorstellungsgespräches halten sollte. Sie wusste nicht, worum es ging. Sie hatte nur die Information, dass sie 30 Minuten Zeit hat für die Vorbereitung und 10 Minuten Zeit hat für die Durchführung. Und was wir als allererstes gemacht haben, als Marion damals bei mir im Coach war, war wirklich diese mentale Vorbereitung. Also sprich, sich selbst in so einen positiven State zu bringen, wenn man so möchte, wo man eben auch, wenn es dann zur Präsentation kommt, eben sich auch, ja, also im Prinzip dieses Gefühl einfach abrufen kann. Und das haben wir nicht gemacht, indem wir uns irgendwelche schönen Sachen die ganze Zeit eingeredet haben oder ich irgendwelche, weiß ich nicht, Dinge gedrückt habe bei ihr, sondern indem wir, also ich, vor allem sie gebeten habe, sich mal daran zu erinnern, ob ihr eine Situation einfällt, in der sie sich selbstbewusst und souverän gefühlt hat. Besser noch an eine Situation, wo eine Präsentation richtig gut gelaufen ist. Und diese Erinnerung an eine Präsentation oder auch wenn du noch keine Präsentation gehalten hast, aber an eine Situation, die im Umgang mit anderen Menschen richtig gut gelaufen ist, die ist quasi, sage ich jetzt mal so, unser Anker. Ja, also das ist quasi dieser erste Schritt, dieses Element, was wir brauchen, um dann, wenn das zur Vorbereitung beziehungsweise wenn es zur Präsentation kommt, um uns gut zu fühlen. Weil dann habe ich nämlich weitergemacht. Okay, Marion, erzähl mir denn, wie warst du denn in der Situation? Wie hast du gestanden? Hast du gesessen, als du die Präsentation gehalten hast? Was war es für ein Tag? Um was für ein Thema ging es? Es gab doch bestimmt auch Fragen, auf die du erstmal keine Antwort hattest. Wie bist du damit umgegangen? Also ich habe sie wirklich in dieser Richtung erstmal interviewt, so wie wenn ich quasi jemand bin, der wissen möchte, wie Marion eine Präsentation hält. Und dadurch hat Marion für sich mehr und mehr auch sich bewusst machen können, okay, das war teilweise mal eine Vorbereitung. Als ich keine Antwort hatte auf die Frage, habe ich dann da so damit reagiert. Also beispielsweise habe ich gesagt, okay, lassen Sie mich kurz darüber nachdenken oder kann ich mir vielleicht Ihre E-Mail-Adresse aufschreiben, dann komme ich im Nachgang nochmal auf Sie zu. Also das waren so Dinge, an die sie sich dann eben erinnert hat. Und dann habe ich sie auch gefragt, okay, vor wie vielen Leuten hast du denn diese Präsentation gehalten? Ja, das war das größte Event meines Lebens, es waren über 500 Leute. Also das sind alles so Erfahrungen, die wir im ersten Schritt genutzt haben, um Marion erstmal ja auch daran zu erinnern, dass sie eigentlich eine ganze Menge Kompetenzen auch jetzt schon hat, um so eine Präsentation erfolgreich zu meistern. Und wie gesagt, wenn du selber noch keine Erfahrung darin hattest, es muss keine Präsentation sein. Es kann auch einfach sein, dass du vielleicht sehr gut dein altes Auto verkauft hast oder dass du in deinem Freundinnenkreis andere von etwas überzeugt hast. Beispielsweise, also bei uns war es so, wir haben uns eine Heißluftfritteuse gekauft und plötzlich haben jetzt alle in unserem Freundinnenkreis eine Heißluftfritteuse. Also sind das so Dinge, wo du dich vielleicht einfach daran erinnerst, dass du da sehr, sehr souverän warst und eben auch sehr, sehr gut Fragen beantworten kannst und ja, schlichtweg etwas präsentieren konntest. Das ist das, was wir jetzt an erster Stelle brauchen. Und das Zweite im Rahmen dieser mentalen Vorbereitung ist natürlich auch eine Übung. Also eine Übung, die ich sehr cool finde, die ich auch schon mal mit ein paar Leuten gemacht habe, ist die Switch-Übung. Super easy. Und zwar sollst du einfach über ein Thema berichten, am besten erst mal, was die Vorteile oder was das Positive daran ist und dann ruft jemand Switch und du switchst um ins Negative. Zum Beispiel wollte ich von einem Weihnachtsmarkt erzählen und ich fing dann an, ach Weihnachtsmarkt, das ist total großartig. Ach, man kommt da mit tollen Menschen zusammen. Man trinkt leckeren Glühwein und steht einfach mit netten Leuten zusammen und genießt die Atmosphäre und dann rief jemand Switch und ich so, ja, aber was daran nervt, sind auch mittlerweile die Preise. Es ist schon richtig teuer geworden. Und dann ist es ja auch so, dass der Glühwein auch nicht mehr wirklich qualitativ hochwertig ist und dann aber auch diese Menschenmassen und dann rief jemand Switch. Ja, aber dadurch trifft man halt auch mal Leute, die man lange nicht mehr getroffen hat. Und so habe ich das die ganze Zeit gemacht. Und das hat halt eben extrem gut geholfen, auch einfach mal eine Thematik immer wieder von positiven und negativen Seiten her betrachten zu können. Und diese Übung ist halt eben extrem cool, weil sie vor allem auch dieses Spontane in dir so ein bisschen ankitzelt, sodass du da halt eben auch extrem gut dann mit solchen Spontanreaktionen oder Rückfragen oder auch negativen Ausdauerungen entsprechend umgehen kannst. So, und dann noch der Punkt Struktur. Also wir werden ja im weiteren Verlauf der Podcast-Folge noch mehr auf das Thema Struktur eingehen. Aber was immer wichtig ist, ist dir im Vorfeld zu überlegen, okay, da sitzen Menschen, die hören mir zu. Ja, und Teil deiner Struktur sollte es sein, dir im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was hat der andere davon, mir zuzuhören. Ja, also es geht gar nicht so sehr um das Thema Struktur, sondern es geht eher um das Thema Mehrwert. Mehrwert ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dir Gedanken darüber machst, was bringt es dem anderen, mir zuzuhören. Und was ich zum Beispiel mit Marion in dem Zusammenhang ausgearbeitet habe, wir sind ja noch so eben bei diesem ersten Punkt, Thema Mindset, war auch so ein bisschen sich vorzustellen, dass man vielleicht jetzt nicht in einem Bewerbungsgespräch ist, sondern dass man quasi als externe Beraterin, als externer Berater kontaktiert wurde, der jetzt quasi dem Kunden so ein bisschen erzählt, was er sich für Lösungen überlegt hat. Und genauso kann das auch für dich funktionieren. Du stellst dir einfach vor, du bist eine externe Beraterin, ein externer Berater. Du bekommst ja die Aufgabenstellung im Vorfeld in die Hand gedrückt. Also was hast du identifiziert? Welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Welche Erschwernisse siehst du vielleicht auch in diesem Projekt? Welche Werkzeuge würdest du jetzt beispielsweise einsetzen, wie könnte der Lösungsvorschlag aussehen? Und das aller, aller Wichtigste, das werde ich aber auch nachher noch mal ein bisschen unterstreichen, ist, wie unterstützt du persönlich bei der Umsetzung beziehungsweise was ist dein konkreter Mehrwert bei der Umsetzung dieses Projektes, dieses Changes, you name it. Und dann noch ein letzter Punkt, bevor wir uns auf das Thema was tun, wenn dir nur wenig Zeit für die Vorbereitung bleibt, stürzen, ist, vertraue auf deine bisherigen Erfahrungen und Fähigkeiten. Weißt du, wenn du noch nicht Erfahrungen darin gesammelt hast, Präsentationen zu halten, aber du bist eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch, du sollst eine Präsentation halten, dann kannst du ja auch mehr oder weniger davon ausgehen, dass das Teil deines Jobs sein wird. Ergo, das hast du vielleicht vorher aus der Stellenausschreibung ernommen, ergo, du hast dadurch auch total Lust, etwas zu präsentieren. Und das wiederum bedeutet, naja, wenn du auf etwas Lust hast, dann wahrscheinlich, weil du das vielleicht auch ganz gut kannst oder weil du vielleicht schon gemerkt hast, dass du da ein Händchen für hast, vor anderen Menschen etwas zu präsentieren. Was also da wiederum bedeutet, dass du dich auch einfach auf die bisherigen Erfahrungen und Kompetenzen berufen kannst. Einfach sagen kannst, okay, ich habe mir diesen Job ja ausgesucht, ich möchte gerne hier entsprechend überzeugen und ich habe gewisse Dinge in der Vergangenheit gemacht, gewisse Erfahrungen gesammelt, die mich dafür qualifizieren, jetzt eben auch in Zukunft einen guten Job zu machen und eben auch gute Präsentationen zu halten. Okay, damit sind wir mit dem ersten Punkt durch. Sprechen wir nun darüber, was tun, wenn dir nur eine wenig Zeit für die Vorbereitung bleibt. Und bei Marion war es ja so, dass in ihrer E-Mail drin stand, sie haben 30 Minuten Zeit, sich vorzubereiten und 10 Minuten Zeit zu präsentieren. Das allererste, was tatsächlich auch die meisten falsch machen, ist, wenn dir im Vorfeld nicht gesagt wird, was präsentiert werden soll, was das Thema ist, dass du dir dann auch erlaubst, Rückfragen zu stellen. Aber nicht in Form von, ja, hier ist die Aufgabe, haben sie noch irgendwelche Fragen, sondern dass, wenn man dir sagt, hier ist die Aufgabe, haben sie noch irgendwelche Fragen, du sagst, ja, Moment, ich lese mir das erstmal durch und dann habe ich vielleicht eine Frage. Also, dass du dir auch wirklich die Zeit nimmst, wenn man dir diese Aufgabe in die Hand drückt, zu sagen, ja, Moment, ich lese mir das einmal nochmal kurz durch und dann machst du dir schon mal ein paar Gedanken, vielleicht fallen dir schon mal so ein, zwei Dinge auf, die du dir schon mal merken möchtest und dann sagst du, ja, passen sie auf, jetzt hier, wo sie beschreiben, wie ihr Einkaufsprozess läuft, arbeiten sie da schon systemunterstützt oder läuft das alles eher mehr oder weniger über Excel und PowerPoint? Ja, also, dass du einfach merkst, okay, hier sind ein paar Dinge unklar und die möchte ich jetzt noch klären, weil der Punkt ist, wenn du dann diese 30 Minuten hast und die den Raum verlassen, naja, dann ist es sehr, sehr schwer, weil meistens holen die sich dann Kaffee oder stehen irgendwie draußen und rauchen, sehr schwer, dann eben die noch zu greifen und zu sagen, hey, ich hätte ja jetzt nochmal eine Frage, können sie mir das gerade noch beantworten? Und genau das meine ich damit, wenn nur wenig Zeit für die Vorbereitung bleibt, soweit so cool, ja, du hast 30 Minuten Zeit, aber wenn nicht alles klar ist, dann nimm dir auch die Zeit, das im Vorfeld zu klären und im Vorfeld diese Fragen zu beantworten und dann halt hast du dann eben deine 30 Minuten. Das Zweite ist, fokussier dich auf die drei wesentlichen Dinge, also was sind die drei wesentlichen Dinge, die du aus dieser Aufgabe mitnimmst, weil, warum machen PersonalerInnen sowas? Warum wollen die das Leute etwas präsentieren? Naja, sie wollen zum einen erstmal schauen, wie gut kannst du präsentieren? Das ist jetzt keine große Raketenwissenschaft, keine riesen Erkenntnis, aber es geht auch darum, wie gut kannst du Informationen in kurzer Zeit zusammenfassen und eben auch so präsentieren, dass sie andere Leute verstehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass niemand von dir erwartet, irgendwie eine 50-seitige Powerpoint-Präsentation, die bis ins unterste Detail ausgearbeitet ist, sondern es geht darum, zu wissen oder zu lernen oder zu erkennen, kannst du basierend auf einer Aufgabe eine entsprechende Thematik präsentieren und kannst du sie vor allem so präsentieren, dass dein Gegenüber es versteht und vor allem auch für sich den Mehrwert daraus erkennt. Deswegen, die drei wesentlichen Dinge, also sprich die Essenz, relativ schnell zu begreifen, ist ganz wichtig und das kannst du natürlich auch üben, indem du dir einfach mal irgendwelche Texte oder Artikel nimmst und dieser Artikel versuchst in ein bis zwei Minuten einmal zu überfliegen und dann eben für dich so die drei wichtigsten Punkte herauszuschreiben. So kannst du eben dieses schnelle Lesen auch schulen und so kannst du eben auch schulen, Dinge wirklich auf einen Punkt konkret runterzubrechen. Und dann der letzte Punkt ist, wenn dir Details fehlen, dann setze auf dein bisheriges Wissen, weil du bist ja nicht eingeladen worden, weil die dir etwas Neues beibringen wollen, sondern weil sie davon ausgehen, dass du schon gewisse Erfahrungen oder Qualifikationen mitbringst. Was also bedeutet, wenn es gewisse Lücken gibt, wenn einfach Details fehlen, dass du das dann eben auch entsprechend kompensierst, indem du sagst, naja, da fehlte mir jetzt eine Information, ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, das ist relativ ähnlich zu, wie wir das bei der Firma XYZ gemacht haben und deswegen würde ich das so und so angehen. Ja, also dass du quasi einfach auch dir darüber im Klaren bist, was du schon mit an den Tisch bringst und diese Lücken eben durch dieses mit an den Tisch bringen eben auch entsprechend auffüllst. Das ist übrigens sowieso gar nicht so verkehrt, wenn du immer wieder aussagst, aus meiner Erfahrung oder in der Vergangenheit habe ich das so und so gemacht, weil du damit natürlich auch nochmal viel mehr deine Eignung für den Job unterstreichen kannst. Okay, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 3, welche Strukturen kannst du verwenden? Und bevor ich dir jetzt irgendeine Struktur nenne, erstmal der Tipp, nutze diese Präsentation auch, um dich ganz kurz vorzustellen. In ein bis zwei Minuten und das schreit ja schon förmlich nach einem Elevator-Pitch. Wir haben zum Thema Elevator-Pitch schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, aber nur nochmal ganz kurz, dass du es gehört hast. Es geht darum, sich drei Fragen zu beantworten. Wer bin ich, was kann ich und warum bin ich hier? Und diese drei Fragen, wer bin ich, was kann ich, warum bin ich hier, die beantwortest du in Form eines Elevator-Pitches, sodass du auf ungefähr ein bis zwei Minuten Präsentation kommst. Eigentlich nur eine Minute, aber warum ist dieser Elevator-Pitch so wichtig? Bei Marion war es so, dass ihr sieben Leute gegenüber saßen bei der Präsentation. Das ist relativ typisch für den öffentlichen Dienst. In der freien Wirtschaft kommt das gar nicht so häufig vor. Da sitzt die meistens mit zwei bis drei Leuten zusammen, aber sie hatte sich im öffentlichen Dienst beworben und das war halt ein Gremium aus sieben Menschen. So. Und es ist nicht so, dass alle sieben Menschen dich kennen und es ist auch nicht so, dass alle sieben Menschen deinen Lebenslauf im Detail gelesen haben. Und denn, wenn du dann kurz, ne, hallo, mein Name ist Bastian Hughes, ich komme aus der und der Branche und habe bisher die und die Dinge gemacht und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie ich das und das und das umsetzen würde. Dann hast du das sehr kurz auf den Punkt gebracht, aber wie gesagt, auch nochmal deine Highlights unterstrichen und dich nochmal ganz kurz vorgestellt. und dann kannst du eine der beiden Methoden verwenden. Es gibt doch viele andere Methoden, aber ich möchte jetzt auch nicht die Podcast-Folge darauf ausreizen, welche verschiedenen Techniken es gibt, um eine Präsentation zu erhalten. Da gibt es einmal die Drei-Punkte-Struktur. Das heißt, du hast eine Einleitung, du hast drei Kernpunkte und du hast ein Fazit. So könntest du beispielsweise vorgehen, wenn du dir sagst, okay, das sind die drei wesentlichen Dinge, die ich zuvor ausgearbeitet habe und die baust du dann eben entsprechend in deiner Präsentationsstruktur mit ein und mit dem Fazit könntest du beispielsweise abschließen, wie, was wären jetzt die Möglichkeiten, was könnten wir jetzt tun und vor allem, ganz, ganz, ganz wichtig, egal welche Struktur du verwendest, wie kannst du dazu beitragen, dass diese Umsetzung auch entsprechend gelingen wird. Und das andere ist die Piez-Methode, das hast du vielleicht schon bei Berufsoptimierer im Podcast gehört. Das ist eine Technik, die ich immer vorschlage, um von seinen Erfolgsgeschichten zu erzählen. Piez, da steht das P für Projekt oder Problem, E steht für die Erschwernis, T für die Tätigkeiten, das zweite E für den Erfolg oder das Ergebnis und das S für die Stärken. Und konkret würde das bedeuten, okay, du sagst, was ist das konkrete Problem, das und das habe ich daraus erkannt. E sind die Erschwernisse, ja, und in dem Zusammenhang nehme ich mal an, dass die und die Probleme damit auftreten werden. T, also was ich tun würde, wäre das und das und das und das und das und das zweite E, also der Erfolg, das Ergebnis und dadurch erhoffe ich mir, dass das und das dabei herauskommen wird und jetzt das S für die Stärken ist wiederum genau das, was wir vorhin hatten, zu sagen und so sehe ich mich in der Funktion, hier entsprechend mitzuwirken, damit es eben auch ein Erfolg ist. Und was ganz wichtig ist, jetzt habe ich dir mal zwei Strukturen mitgegeben, weißt du, das Wichtigste ist, dass du eine dieser beiden Strukturen wirklich gut drauf hast, damit du dich nicht mehr darauf konzentrieren musst, wie du diese Struktur machst, sondern damit das einfach Teil deiner DNA ist. Bei mir ist es Piets, klar, weil ich als Coach jeden Tag damit arbeite, aber auch wenn ich Kundinnenpräsentationen halte, nutze ich Piets sehr, sehr viel, aus dem einfachen Grund, dass ich das so oft schon angewendet habe, dass ich gar nicht lange darüber nachdenken muss, wie ich entsprechend etwas präsentieren würde und selbst wenn man mich spontan bitten würde, etwas zu präsentieren, könnte ich mit der Piets-Struktur einfach das Ding einmal so runterreißen und dann so halt eben dem Kunden entsprechend den Mehrwert vermitteln. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Struktur wählst, die auch zu dir passt, wo du sagst, da fühle ich mich wohl und wenn du sagst, diese beiden, die gefallen mir noch nicht, ich habe da noch was anderes, Bastian, großartig. Denk nur daran, dass der Elevator-Pitch am Anfang steht und denke daran, dass am Ende steht, dass du sagst, wie du hier entsprechend wirken kannst. Dann haben wir noch den vierten Punkt und das war, wie erfasse ich denn jetzt schnell das Thema und wie bringe ich das Ganze verständlich rüber, weil vielleicht hast du es schon im Prolog, war für dich so ein bisschen so der kleine Trigger da von wegen, wie bringe ich meine Botschaft auf den Punkt und da habe ich ein paar Tipps für dich. Also zum einen ist es so, dass du guckst, dass du deine Botschaft möglichst einfach vermittelst. Klar, wenn es um technische Themen geht, sind natürlich die einen oder anderen Fachbegriffe wichtig. Gleichzeitig, denk an die verschiedensten Menschen, die bei dir in der Präsentation sitzen, unter anderem die Personalabteilung. Da würde ich eher den Fokus auf Einfachheit statt auf Komplexität legen, damit dir auch wirklich jeder folgen kann. Dann der zweite Punkt, und das kannst du auch natürlich im Vorfeld üben, ist, dass du Beispiele nutzt, die jeder nachvollziehen kann. Beispiele aus dem Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie machen Kaffee, bla 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 bla. Es gab mal einen sehr, sehr coolen TED-Talk von einem Typen, der im Projektmanagement sehr tief verankert ist, der immer sagt, bevor er mit Projektteams arbeitet, fragt er sie, wie sie Toast machen. Und so wie er das Ganze dann eben erklärt, How to make toast, erkennt er halt eben auch, in welcher Komplexität die Leute entsprechend denken. So, und das wäre jetzt auch zum Beispiel, wie macht man Toast, ist jetzt auch so ein Beispiel aus dem Alltag. Oder, dass du vielleicht Geschichten nutzt, um das ganze Thema ein bisschen lebendiger zu gestalten. Und mit solchen Methoden, mit solchen Tools, wie Geschichten oder auch Alltagsbeispielen, werden deine Ideen oder Gedanken einfach extrem greifbar und super easy nachvollziehbar. Und der dritte Punkt, um Dinge auf den Punkt zu bringen, naja, es ist ja so, wenn ich eine Podcast-Folge für dich produziere, dann ist ja rein theoretisch, wenn es eine sehr themenlastige Podcast-Folge ist, es ist ja auch wie eine Art Kurzpräsentation. Aber ich habe einen Nachteil bei dieser Präsentation. Ich habe keinen Flipchart, ich habe nichts, was ich dir zeigen kann, ich habe auch keine PowerPoint vorbereitet. Gut, man könnte das jetzt hier bei YouTube einblenden, aber das lassen wir jetzt mal, weil die meisten Menschen hören den Podcast ja übers Ohr. Deswegen ja auch Podcast. Was mache ich also? Ich habe für mich eine Struktur entwickelt, die aus drei Bestandteilen besteht. Also erstens, was ist die Intention? Was ist die Intention der Podcast-Folge? Das zweite ist, was ist mein Ziel? Was möchte ich mit der Podcast-Folge erreichen? Und drittens, was sollen die Learnings sein, die die HörerInnen aus der Podcast-Folge für sich mitnehmen? Und wenn du das jetzt mal auf deine Situation überträgst und ich das jetzt mal so ein bisschen mit Leben fülle, dann ist die Intention erst mal für diese Podcast-Folge oder auch, ich habe ja schon eine andere zum Thema Case Studies gemacht, dir einfach verschiedene Aufgaben, die in so einem Vorstellungsgespräch vorkommen, näher zu bringen. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Rollenspiele machen, weil das sind so die drei wesentlichen Aspekte, Case Study-Präsentation und Rollenspiele. Dann das Ziel. Mein Ziel ist es, auf den Punkt zu kommen und dir eine klare Struktur beziehungsweise einen Fahrplan mit an die Hand zu geben, sodass du rein theoretisch nur diese Podcast-Folge hören musst und dir vielleicht ein paar Dinge notieren musst, aber super vorbereitet bist, um eben so eine Präsentation im nächsten Vorstellungsgespräch zu meistern. Und was sind die Learnings? Die würden ja jetzt eigentlich am Ende wie so eine Art Fazit kommen, aber ich nehme sie mal gerade hier so mit rein. Das eine Learning ist, wenn die Frage nach einer Präsentation vorkommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in deinem Job Präsentationen vorkommen und wenn du kein Freund von Präsentationen bist und das eigentlich total doof findest, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Job für dich oder beziehungsweise wenn du es total großartig findest, dann ist es wahrscheinlich auch genau der richtige Job für dich. Das Zweite ist, du brauchst eine Struktur, die du gut kannst und die einfach ist, sodass du super spontan reagieren kannst und vor allem auch nicht lange darüber nachdenken musst, wie du jetzt etwas konkret strukturieren würdest. Und das Letzte ist, Vertraue auf deine Fähigkeiten und Erfahrungen, weil, und das hast du vielleicht auch schon öfter im Podcast gehört, du wirst ja eingeladen aufgrund deiner Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten und woraus erkennt man die? Aus deinen Bewerbungsunterlagen. Was also bedeutet, dass die Menschen, die dich darum bitten, eine Präsentation zu erstellen, die ja generell positiv eingestellt sind beziehungsweise ja schon auch davon ausgehen, dass du dazu fähig bist, weil sonst würden sie dich nicht fragen, das zu machen, beziehungsweise sonst hätten sie dich niemals eingeladen, wenn sie basierend auf deinen Bewerbungsunterlagen der Meinung sind, dass du nicht dazu fähig bist, eine Präsentation zu halten. Was also bedeutet, dass du dich auf deine Kompetenzen und Fähigkeiten verlassen kannst und die sich genauso auf deine Kompetenzen und Fähigkeiten verlassen werden. Genau, das wäre eben das Learning. Und so ist das Ganze strukturiert. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Intention, nee, andersrum, ich habe eine Intention, ich habe ein Ziel und ich habe drei Learnings, die die HörerInnen am besten für sich mitnehmen sollen und die webe ich quasi in meine Podcast-Folge mit rein, sodass im besten Fall so dieses Aha am Ende der Podcast-Folge eben bei dir stattfindet. Okay, ich habe noch einen fünften Punkt, nämlich die Nervosität und das Thema Körpersprache. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, um Nervosität so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das eine ist eine Atemtechnik. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene, was ich zum Beispiel nutze, wenn ich gestresst bin oder aufgeregt bin, ist das sogenannte Box Breathing. Und das funktioniert so, du atmest vier Sekunden ein, hältst vier Sekunden, atmest vier Sekunden aus, hältst vier Sekunden und atmest wieder ein. Wie so eine Box im Prinzip, wenn man so möchte. Also einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden und wieder einatmen. Also das ist extrem hilfreich und wo ich das jetzt gerade gemacht habe, merke ich, dass ich merklich ruhiger werde. So. Aber das soll natürlich jetzt nichts an der Dynamik der Podcast-Folge wegnehmen. Deswegen lass uns direkt auf den nächsten Punkt eingehen. Und zwar, was kein Mensch sieht, ist, wenn du diese Anspannung, Entspannungsübungen, also Hände zusammen, also zu Fäusten machen und wieder locker lassen, das ist genau so. Anspannung, Entspannung ist so fühlbar, um den Stress loszulassen. So, jetzt kannst du natürlich nicht in der Präsentation da stehen und die ganze Zeit die Hände zu Fäusten ballen und wieder auseinander machen, sonst denken die auch so ein bisschen, was ist mit dir los. Was aber niemand sieht, ist, wenn du deine Zehen anspannst, ja, also so ein bisschen wie so Krallen so zusammen und wieder auseinander. Das sieht eben kein Mensch, weil meistens schauen sich die Menschen, schauen die Menschen in dein Gesicht, schauen auf deine Hände, schauen auf das, wie du körperlich da stehst, aber sehen halt eben nicht, wenn du zum Beispiel die Füße anspannst und locker lässt. Auch wenn du zum Beispiel am Tisch sitzt, ist es genau dasselbe, dass sie nicht sehen, wie du dich anspannst und wieder locker lässt. Was ein weiterer wichtiger Faktor ist, der auch die Nervosität so ein Stück weit reguliert, ist das Thema Körpersprache bewusst einsetzen. Also zum einen, dass du von der Haltung her wirklich darauf achtest, Schultern zurück, wie sagt man, Bauch rein, Hintern raus oder so. Also auf jeden Fall, dass du eine gerade gute Haltung hast, in der du gut atmen kannst, dass du die Arme gerne auch ein bisschen auseinander nimmst, weil das öffnet auch direkt den Brustkorb und so kannst du viel besser durchatmen und dass du deine Beine, also die Füße, so schulterbreit auseinander stehen hast, sodass du einen sicheren, souveränen Stand hast. Und du wirst es merken, wenn du jetzt vielleicht gerade diese Podcast-Folge hörst, einfach mal aufstehen, Füße so ein bisschen schulterbreit auseinander, Schultern zurück und dann merkst du schon, so ein bisschen, es fühlt sich anders an. Du fühlst dich so ein bisschen souveräner, vielleicht auch so ein Stück top of the world. Also das habe ich, als ich damals noch fotografiert habe, sehr, sehr viel praktiziert mit den Menschen, die ich fotografiert habe, einfach um denen auch so eine Souveränität, so ein souveränes, entspanntes Lächeln zu entlocken. Und das ist halt eben eine Mega-Übung, weil den Körper haben wir immer dabei und der Körper, wenn wir den auch schon bewusst verändern, dann verändert sich auch unsere Stimmung. Es ist ja alles miteinander verbunden. Zum Thema Nervosität, by the way, habe ich mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Beispielsweise auch, was ist das Positive an Nervosität? Wie kannst du mit Nervosität positiv umgehen? Wie kannst du sie positiv reframen? So ein Coaching-Wort. Dazu packe ich dir den Link in die Shownotes. Hör gerne mal rein. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die Folge, aber die Tipps, die sind auf jeden Fall brandaktuell und die helfen dir vielleicht noch, wenn du sagst, okay, Bastian, das ist jetzt ganz nett, aber ich bin ja noch super nervöser. Kann man da vielleicht noch was machen? Dafür ist die Podcast-Folge auf jeden Fall richtig gut. Und was ich jetzt gerade eingesetzt habe, und das ist auch noch ein zusätzlicher Tipp zum Thema Körpersprache beziehungsweise viel mehr zum Thema Stimme, ist langsam zu sprechen beziehungsweise eine Pause zu machen nach dem, was du gesagt hast. Vor allem, wenn du Dinge unterstreichen möchtest, einfach mal eine Pause machen. Und was ein ganz, ganz wunderbarer Tipp ist, damit du dich nicht in so Strudeln des Redens verirrst, ist bewusst mit der Stimme runtergehen, weil du damit bewusst einen Punkt setzt. Wenn du immer mit der Stimme hochgehst am Ende, das kannst du ja mal üben oder testen, dann kommst du irgendwie nicht zum Punkt, weil durch dieses Ja, und dann ist es so das. Also man merkt, da kommt jetzt noch was, da kommt jetzt noch was. Aber wenn du sagst, Ja, und es ist so das. Gut, der Satz ist jetzt ein bisschen doof, aber im Grunde genommen gehe ich mit der Stimme runter und dadurch impliziert man vielleicht auch nicht mehr wirklich, dass da jetzt noch was kommt. Also von daher da auch gerne einfach mal ein bisschen üben, dass du das machst. Das mache ich sehr viel mit meinen Coaching-KlientInnen, dass wenn ich mit denen Präsentationen übe, dass wir gerade dieses Stimme bewusst einsetzen. Ich hatte ja auch schon ein paar Stimmcoaches bei mir im Podcast, dass das einfach eine wirkliche, wie soll man sagen, eine Waffe sein kann, um Dinge konkret zu unterstreichen. Okay, kommen wir zum Fazit. Also, jetzt habe ich ja schon die Learnings mit dir geteilt, deswegen brauche ich die an der Stelle nicht nochmal zu wiederholen, aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen möchte ist, Präsentationen kommen relativ selten spontan. Also in den meisten Fällen werden sie angekündigt, in der E-Mail, wenn man dich einlädt. Manchmal hilft es auch, wenn du eine Einladung zum Zweitgespräch hast, nachzufragen, hey, kann es vielleicht sein, dass eine Präsentation vorkommt oder so, damit ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Aber in der Regel werden sie angekündigt. Es gibt einmal die Variante, dass du eine Aufgabe nach Hause geschickt bekommst. Das ist so ein bisschen wie die Case Study. Kannst du auch nochmal in die Podcast-Folge entsprechend reinhören. Oder, dass man dir halt eben sagt, sie haben 30 Minuten Zeit, so wie bei Marion und sie müssen dann das Ganze in 10 Minuten präsentieren. Was für Marion der absolute Game Changer gewesen ist, war, sich an vergangene Erfahrungen zu erinnern. Oder in deinem Fall, wenn du jetzt einfach mal zu überlegen, okay, wo waren so Situationen, wo ich mich souverän, selbstbewusst und gut gefühlt habe. Ja, und wie gesagt, es kann sein, dass du dein letztes Auto verkauft hast. Es kann sein, dass du, wie wir, andere davon überzeugt haben, eine Heißluftfritteuse zu kaufen oder was auch immer. Also einfach, um nochmal zu überlegen, wo hast du dich sehr sicher und sehr wohl gefühlt. Und für Marion war es einfach so, weil sie auch sagte, Bastian, ich weiß gar nicht, wie ich die Präsentation strukturieren soll. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wie und so weiter. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie hast du das denn damals gemacht? Wie hast du das damals vorbereitet, sodass man dir gerne zugehört hat? Weil am Ende des Tages ist es doch so, wenn wir etwas präsentieren, wollen wir Menschen erreichen. Und wir wollen, ja gut, berühren ist jetzt ein bisschen komisch, klingt so ein bisschen Disney-like, aber worauf ich hinaus will, ist, wir wollen Menschen erreichen und wir wollen, dass was hängen bleibt. Und deswegen, wenn du dir im Vorfeld Gedanken darüber machst, was hat der andere davon, mir zuzuhören? Naja, dich dann dich vorstellst, dann sagst, was die drei oder was die Essenz der Aufgabe war und was du daraus mitgenommen hast. Und das Ganze dann damit abschließt, wie du aus deiner Sicht hier mitwirken willst, dann hast du alle wichtigen Elemente, die es braucht, um so eine Präsentation wirklich erfolgreich zu rocken. Wenn du übrigens auf der Suche nach weiteren Tipps rund um Berufsoptimierer bist, dann abonniere sehr gerne unseren Newsletter. Alle 14 Tage gibt es hier einen neuen Newsletter. Und wie du dich dazu anmelden kannst, einfach in die Shownotes gehen, da findest du so einen Link, mehr zu Berufsoptimierer, da tippst du drauf und dann kannst du dich da anmelden. Und außerdem, wenn du diese Podcast-Folge hilfreich gefunden hast, dann teile sie gerne in deinem Netzwerk, sprich auch andere darauf an, sich diese Podcast-Folge anzuhören und was du dann noch tun könntest, das wäre wirklich fantastisch, ist, wenn du diesen Podcast abonnierst oder vielleicht auch mal eine Rezension auf Apple Podcast hinterlässt oder eins der Sternchen vergibst bei Spotify. Weil ich stehe hier natürlich auch jede Woche für dich am Mikrofon, mach das Ganze kostenfrei, es ist keine Werbung mit drin, das ist ja mittlerweile auch in den meisten Podcasts mit dabei. Und wenn du sagst, hey Bastian, ich würde dir aber gerne danken, dann kannst du das genau in dieser Art und Weise tun und ich sage dafür an der Stelle schon mal ganz groß Dankeschön. Und natürlich jederzeit, wenn du eine Frage hast, schreib mir hallo-at-berufsoptimierer.de, du kannst dich per WhatsApp melden, all diese Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes. Was erwartet dich nächsten Mittwoch? Ein Wahnsinnsinterview mit einer Alltagsheldin beziehungsweise einer ehemaligen Coaching-Klientin von mir und zwar der Yvonne. Das Thema ist Kündigen ohne Plan. Also sprich, lohnt es sich, seinen Job zu kündigen, ohne was Neues zu haben, ohne zu wissen, wo es konkret hingehen soll und bei Yvonne war genau das der Fall und sie wird dir erzählen, wie sie sich dabei gefühlt hat, was sie konkret gemacht hat und warum sie heute da, wo sie ist, sehr, sehr glücklich ist, auch wenn sie nicht dasselbe verdient, was sie vorher verdient hat. Superspannendes Interview und wenn du möchtest, hören wir uns dann nächsten Mittwoch wieder. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist, wünsche dir noch einen fantastischen Tag und sage, wir hören uns, mach's gut, dein Bastian.